Der FC Bayern hat nun doch noch einen neuen Torwart gefunden. Nach Absagen von kurzfristigen Nummer 1 Optionen bis neuer Zurückkehrt wie David Raya, Kepa, Ortega oder Bono hat sich das Bayern Transferkomitee darauf geeinigt, Ulreich bis zur wohl doch schneller zu erwartenden Neuer Rückkehr zur Nummer 1 zu machen und sich bei der Torwartssuche auf eine kurzfristige Nummer 2 hinter Ulreich zu fokussieren, da man hinter ihm keinen Profitorwart mehr im Kader hat, nach den Abgängen von Sommer und Nübel. Im Vergleich zur zuvor gesuchten Nummer 1 gab es von Beginn an eigentlich nur einen einzigen Kandidaten und jetzt nicht gerüchtet zu allen möglichen Torhütern Europas. Und zwar handele es sich dabei um Daniel Perez, der nun offiziell einen Vertrag beim FC Bayern unterschrieben hat und auf dessen Torwartspiel mit seinen Stärken und Schwächen ich heute mal näher eingehen möchte, um zu schauen, ob er nicht vielleicht jetzt schon stärker wie Ulreich ist oder das Potenzial hat, sich mit seinen 23 Jahren zukünftig zur Nummer 1 des FC Bayern zu entwickeln. Zunächst einmal wird hier immer wieder berichtet, dass er ja einen deutschen Pass habe, was so auch stimmt. Allerdings ist er in Israel geboren und aufgewachsen und seine Vorfahren waren halt teilweise Deutsche. Der wirklich relevante Punkt ist ja, ob er Deutsch spricht. Das lässt sich so nach längerer Recherche nicht nachweisen. Ich bezweifle es aber eher und gehe davon aus, dass er nicht Deutsch spricht und dementsprechend muss man ihn hier wie einen ausländischen Torhüter behandeln, der zunächst auch mal noch die Sprache lernen muss, was das Ganze zusätzlich nochmal so ein bisschen erschwert. Aber wir wollen ja jetzt hier mal hauptsächlich beim Spielerischen auf dem Platz bleiben. Denn abgesehen davon habe ich persönlich zwei, drei Spiele von ihm ganz gesehen. Und zwar bei der letzten U21-EM, unter anderem das Auftaktspiel gegen unsere deutsche Mannschaft, bei dem er einen sehr stabilen Eindruck auf der Linie und mit dem Ball am Fuß abgab. Aber ich glaube, der Hauptgrund, warum er mit diesem Spiel vielen in Erinnerung blieb, waren seine zwei gehaltenen Elfmeter. Erst gegen Moukoko, später gegen Ngankam in einem Spiel, was schon sehr ungewöhnlich ist, auch wenn es in der Bundesliga am letzten Wochenende genauso passiert ist. Aber auch generell hat er ein wirklich starkes Turnier gespielt und war mit Klucht der Hauptgrund dafür, dass man bis ins Halbfinale kam mit der israelischen Mannschaft. Er wurde in der Jugend von Makabi Tel Aviv ausgebildet, wo er auch geboren wurde. Peretz profitierte auch von der guten Ausbildung des israelischen Fußballverbands, die ja auch gerade Dritter bei der U20-Weltmeisterschaft wurden und deren Jugendnationalmannschaften er alle durchlief und mittlerweile auch ein Spiel für die A-Nationalmannschaft aufweisen kann. Er wurde für eine Zweitligasaison in die zweite israelische Liga als Stammspieler verliehen, wonach er dann absoluter Stammspieler bei Makabi Tel Aviv eben in der ersten Liga wurde und jedes Spiel seit der Saison 2021-2022 gemacht hat, was also auch zeigt, dass er nicht gerade verletzungsanfällig ist und eigentlich meistens zur Verfügung steht. Dabei glänzt er vor allem in den Spielen gegen große Gegner, denn man könnte jetzt sagen, okay, in der israelischen Liga ist es ja jetzt nicht so schwer, da hat man ein recht geringes Niveau, was die Gegner angeht, aber gerade in den Conference League Spielen, wo sie halt eben auch teilgenommen haben gegen PSW Eindhoven und OGC Nizza, konnte er echt gut überzeugen. Wie vorhin schon angeschnitten, zählen Elfmeter zu seinen größten Stärken. Er hat eine extrem krasse Quote und seit er bei Makabi die Nummer 1 ist, 4 Elfmeter gehalten und 5 reingelassen, allerdings fehlen da sogar noch die Elfmeterschießen, in denen er teilweise auch 2-3 Elfmeter halten konnte. Das gelingt ihm vor allem dank seiner guten Athletik. Mit seinen 1,90 Meter steht er gut in der Luft und hat auch eine gute Explosivität in seinen Aktionen. Teilweise wirkt er noch recht unkonventionell, gerade bei Distanzschüssen ist er teilweise noch anfällig, da er oftmals einen Auftaktsprung nutzt und diesen nicht immer perfekt timen kann. Im 1 gegen 1 beim Herauslaufen ist er oft noch zu hektisch und ist nur darauf aus, Druck auf den Gegner auszuüben und den Ball irgendwie mit seinem Körper abzuwehren, statt überlegt rauszukommen und mit der richtigen Technik den Block zu stellen. Auf der Linie wiederum ist er herausragend und kann als guter Shotstopper bezeichnet werden. Durch seine starken Reflexe verhinderte er letzte Saison in der Liga 5,71 Tore und kassierte insgesamt nur 0,57 Tore pro Spiel, weshalb sein Team trotz Platz 3 in der Liga die beste Defensive hatte, wobei das natürlich auch teilweise an der guten Defensive vor ihm liegen kann. Dennoch wollte ich es mal erwähnen, weil die Zahlen schon echt stark sind. Des Weiteren musste er in seinen insgesamt 23 Conference League beziehungsweise auch Conference League Quali spielen, 12 Tore hinnehmen von 17,92 Expected Goals on Target von den Gegnern. Also hat er statistisch gesehen von den Schüssen der Gegnern, die aufs Tor kamen, fast 6 Tore verhindert. Wie gesagt unter anderem auch gegen Teams wie Nizza oder Eindhoven. Neben den Punkten gegen den Ball, wenn man das bei einem Torhüter so sagen kann, ist er im eigenen Ballbesitz ein guter Passgeber, kann vor allem im Kurzpassspiel im Aufbau eingebunden werden und auch seine Genauigkeit bei langen Bällen ist mit 57% recht gut. Trotzdessen ist er kein Sweeper-Keeper, also das was Neuer verkörpert mit dem Herauslaufen bei langen Bällen des Gegners. Perez hat grundsätzlich eine tiefe Positionierung und interpretiert seine Rolle in der Hinsicht eher traditionell. So ist es ihm halt kaum möglich lange Bälle abzulaufen, was gerade bei Bayern mit der hohen letzten Kette durchaus gebraucht ist. Um letztendlich zu einem Fazit zu kommen, so ist Perez ein großes Torwart-Talent, wenn auch aus einer kleinen Liga. Auf der Linie ist er jetzt schon sehr stark, anderweitig hat er noch Verbesserungsbedarf. Stand jetzt sehe ich ihn, auch wenn es schwer einzuschätzen und zu vergleichen ist, auf einem ähnlichen Level wie Ulreich, der aber dennoch vor Perez gesetzt sein wird, weil das halt einfach so von den Bayern-Bossen schon beschlossen wurde. Nach der Neuerrückkehr wird es spannend zu sehen sein, wie der weitere Plan mit ihm ist. Er braucht definitiv Spielpraxis, die er sowohl nur über eine Laie bekommen könnte, um sich halt eben weiterzuentwickeln. Was das Potenzial wiederum angeht, sehe ich ihn über Nübel und auch über jeglichem Potenzial, das Nübel je hatte. Also ich finde ihn deutlich vielversprechender, wenn er an grundsätzlichen Techniken im Torwartspiel arbeitet. Was er gerade jetzt in der Anfangsphase noch als Nummer 2 kann mit dem starken Torwarttrainer Michael Rechner, der bei Hoffenheim einige Torhüter gerade in der Hinsicht überragend ausgebildet hat mit Baumann, Kastels, Schwäbe oder Kobel und auch von Neuer wird er noch einiges lernen können in der Zusammenarbeit im Torwarttraining, sobald der dann zurück ist. Also alles in allem macht man damit, glaube ich, wenig falsch. Es gibt natürlich das Risiko, dass es sich letztendlich nicht auszahlt, aber mit einer einstelligen Millionenablöse und wahrscheinlich bezahlbarem Gehalt ist das, wie ich finde, eine gute Verpflichtungsstand jetzt. Gerade weil man halt im Moment Bedarf hat, falls sich Ulreich verletzen sollte, da man da dann keinen wirklichen Profitorwart in der Hinterhand hatte. Und das wäre dann, auch wenn es der FC Bayern ist und auch wenn es in der Champions League erstmal nur die Gruppenspiele sind, schon ein bisschen schwach und deshalb für mich Perretz ein guter Deal. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Stimmt ihr meiner Einschätzung überein? Habt ihr ihn schon spielen sehen? Schreibt mir gerne alle eure Gedanken in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir liebend gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!